Der Punkt ist ja auch, und das Beispiel, was du vorhin gemacht hast, ist ja das Perfekte, was für mich dieses Stichwort von Mehrwert halt in den Vordergrund rückt, weil nämlich genau das Beispiel mit, eine Person ist dann im Büro und dann ist man aber trotzdem in einem virtuellen Meeting. Wo man sich dann eben fragen muss, ja was ist denn jetzt für wen der Mehrwert gewesen, dass die eine Person das Meeting nicht von seiner Couch ausmacht, sondern vom Büro aus. Und das ist ja genau der Punkt, den du noch so schön beschrieben hast, dass es ja da, da müssen ja viele Fragen darauf folgen, also sogar schon in der Planung, schon in diesem Design müssen ja da schon Fragen folgen mit, okay wir möchten ein Meeting machen. Wo soll das stattfinden? Okay, wenn die Hälfte zusagt, die Hälfte nein, dann müssen wir schon überlegen, ja okay, macht das überhaupt Sinn, das dann zu trennen, weil es kann ja auch, und das ist ja wieder das spannende Design- und Mehrwertstichwort, es kann auch sein, dass es dann mehr Sinn macht, es gleich online zu machen. Weil dann vielleicht die Gruppe, und das Beispiel hast du jetzt am Ende auch gesagt, dann ist vielleicht mit diesem Hybrid-Setup, wo drei Menschen im gleichen Raum sitzen und vier andere online, dann haben wir schon einen Kommunikationsbruch drinnen, weil die drei, die im gleichen Raum sein können, da ist irgendwie, da kann man viel besser Körpersprache lesen, da kann man vielleicht mal so kurz weggedreht vom Mikro jemandem was sagen, was man in echt auch machen würde, was online natürlich nicht geht, weil wir alle quasi mit dieser Sicht da sind und man kann nicht nur flüstern sozusagen. Und da muss man auch recht sein, das passiert in allen Meetings, man flüstert irgendjemandem mal was zu, man stellt eine Frage so zwischendurch und das geht ja absolut verloren mit einem Hybrid-Setting zum Beispiel. Da muss man aber dann wieder sagen, ja wozu haben wir das dann gemacht? Also das ist ja eher ein Lose-Lose, als irgendwo ein Mehrwert drin ist, weil wir einerseits bringen wir diese soziale Gefüge gar nicht zusammen, weil wir eine Gruppe trennen und dann ist noch der zweite negative Effekt ist, dass die Kommunikation sowieso doppelt eingeschränkt ist, weil die At-Home-Gruppe nicht so mitkommunizieren kann in Real Life wie die, die vor Ort sind. Es ist halt so, ja ist das wirklich ein Mehrwert für die drei, dass die hier sprechen können mit dem Team, das online ist und das sind alles Fragen, ich glaube das muss man sich noch, 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 noch viel, viel mehr stellen, weil das alles so schnell gegangen ist und das muss man auch sagen, es ist für viele, viele Industriebereiche, auch für die Bildung, aus irgendeinem Grund hat das die Leute überrascht, aber in den Rant gehe ich jetzt nicht hinein. Aber dennoch war dieser Transfer für viele unheimlich schwierig, weil einfach es unklar ist, wo die Mehrwerte tatsächlich drinstecken. Das gab dann ganz schnell den Umstieg auf, ja dann sind wir halt nur online. Dann hat das mal gedauert, bis wir uns irgendwie in Meetings zurechtgefunden haben, die nur online sind. Und dann hast du zwischendurch wieder begonnen mit, ja aber ein Teil kann jetzt wieder vor Ort sein. Und dann kommt aber das nächste Problem, wo wir das erste nicht mal gelöst haben, nämlich wie mache ich sinnvolle Online-Meetings und dann kam aber schon Hybrid rein und jetzt sind wir in dieser Zwickmühle, dass wir weder das eine noch das andere richtig quasi auskonzipiert und ausdesignt haben und jetzt hängen wir dazwischen. Und so wie die Zukunft sich entwickelt, werden wir vermutlich immer in diesen Fragestellungen drin sein. Hybrid, nicht hybrid, vor Ort, nur online, das sind alles Fragen und die wird sich ganz, ganz viel drehen. Das wird nicht weggehen. Und das sollte man so früh wie möglich diese Fragen angehen, weil das, wie gesagt, man hat wahrscheinlich, die meisten haben wahrscheinlich jetzt schon 16 Monate gute Entwicklungszeit hingeschwissen, weil einfach die Fragen nicht aufgetaucht sind oder die Fragenprozesse haben nicht stattgefunden. Das wird nicht möglich sein, weil es nicht möglich ist, weil es nicht möglich ist, Vielen Dank.